Eine lokale Alternative zu ChatGPT, allerdings komplett ohne, dass es mit dem Internet verbunden ist und ohne, dass irgendwelche Daten geschickt werden und ich darf es teilweise auch für meinen Betrieb benutzen. Das ist momentan die Lösung, die sich viele wünschen und mit GPT4ALL haben wir, naja, sowas in der Art zumindest bekommen. GPT4ALL erlaubt mir ja hier, dass ich einen ganz normalen Chatverlauf habe, ein ganz normales LLM im Hintergrund habe. Allerdings ist dieses LLM in den meisten Fällen Open Source bzw. teilweise sogar kommerziell verwendbar. Und das ist was Besonderes, aber ist natürlich nicht alles, was wir wollen. Wir wollen ja auch sowas wie eine API haben und wir wollen Dinge automatisieren können und dazu gibt es Python Code. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe PyCharm aufgemacht und wir wollen uns heute das mal angucken. Zuerst einmal, wir brauchen die Library GPT4ALL und ja, die gibt es bei PyPy. Da könnt ihr einfach mit pip install installieren oder einfach über PyCharm, hier unten über das tolle Reiterchen Python Packages. Und dann macht es das eigentlich auch schon für euch. Und anschließend könnt ihr das relativ simpel verwenden, indem ihr hier einfach erstmal Import GPT4ALL macht. So, jetzt brauchen wir allerdings erstmal die verfügbaren Modelle. Ihr könnt nämlich innerhalb von Python auch neue Modelle runterladen bzw. hier einfach über Downloads neue Modelle runterladen und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier nicht super tief in die Library einsteigen. Ich meine, Dokumentation lesen, wenn ihr es braucht, könnt ihr selber. Ich will euch nur einmal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar haben wir hier einmal, wir können eine Variable namens GPT erstellen und wir müssen das Ding natürlich erstmal laden. GPT4ALL.GPT4ALL. Das ist relativ offensichtlich. So, und hier drin muss jetzt der Name des Modells rein, den ihr laden wollt. Wir haben ja hier im Endeffekt ein Hub an Modellen und wir wollen potenziell auch andere Modelle laden. Und ich probiere mich da auch immer noch wieder rum. Ich muss immer mal wieder welche löschen, weil, naja, egal, anderes Thema. Und was wir hier brauchen ist als erstmal diese V3-13B-Hermes-Q51. Das Problem ist, dass diese Namen hier teilweise nicht ganz vollständig sind. Zum Beispiel für dieses Standardmodell hier am Groovy müsste man GGML-GPT4ALL-J, also dieses J-V1-3 Groovy machen. Aber woher weiß ich, dass da vorne dran GGML liegt? Naja, ganz einfach, ich gehe tatsächlich den rohen Weg. Und zwar über Downloads. Und dann kriegen wir hier unten den Pfad mit. Und genau diesen Pfad nehme ich jetzt und gehe in meinen Explorer rein. Und hier habe ich alle meine Downloads. Und ihr seht, dass hier ein paar vom Download her ständig abgebrochen werden und immer wieder neu gestartet werden. Anyways, wir wollen eigentlich, welches wollten wir? Das hier. Hermes wollten wir. Und wir nehmen uns genau den Namen ohne das Punkt bin hinten dran, weil es eine Binary-Datei ist. Das ist im Endeffekt das Modell. Die liegen da alle einfach drin. Das sind einfach ganz normale binäre Dateien. So, und das kopieren wir jetzt hier rein. Und damit sollten wir in der Lage sein, es zu laden. Es gibt auch eine List-Models-Funktion. Diese, also zumindest steht es in der Dokumentation drin. Aber ja, wenn ihr List-Models versucht auszuführen, kriegt ihr, naja, einen Fehler. Weil es ist halt doch nicht drin. Also, anyways, das ist halt alles noch in Entwicklung. Und der Standard-Workflow funktioniert. Und ich mache das jetzt halt momentan so, dass ich mir das Modell über den Explorer hole. Das wird sich in den nächsten paar Monaten auf jeden Fall noch ändern. Das ist ja das Tolle dabei. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Updates kriegen. Aber es ist halt nicht so einfach. So, jetzt sagen wir hier, okay, was möchte ich denn an mein Model schicken? Naja, ich möchte eine Liste an Nachrichten schicken. Und zwar bestehen die immer aus einer Roll. Und das ist in dem Fall der User. Und dann natürlich dem Content. Also, wir könnten theoretisch hier auch Systemnachrichten mit einbauen. Ja, das ist teilweise sogar nötig, damit ihr das Netz quasi so mit einem Vorwissen trainieren könnt. Aber in dem Fall wollen wir einfach nur, ja, was könnten wir machen? So, analog zu dem, was wir gerade hier in die GUI eingegeben haben, machen wir jetzt uns ein Rezept zu Banana Frappuccino. I don't know. Irgendwie sowas halt, ne? Und jetzt können wir hier einfach sagen, mach mal bitte Autocomplete. Also, gib mir eine Nachricht aus. Gib mir eine Antwort aus. GPT.ChatCompletion. Das ist die Funktion, die ihr sucht. Und dann packen wir hier unsere Messages rein. Wie gesagt, das können mehrere Messages sein. Das heißt, wir geben hier im Endeffekt einen Chatverlauf mit. Und die nächste Nachricht wird im Endeffekt für uns generiert. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann, naja, dauert das eine Weile. Wir sehen hier, das muss erstmal runtergeladen werden. Und dann ausgeführt werden. Also, ja, das schneide ich jetzt mal definitiv raus. Naja, ich habe gerade nochmal ein bisschen nachgelesen. Das sind nicht die 1 zu 1 selben Binarys, die hier verwendet werden. Die Modelle für euer Python-Projekt liegen im Ordner Cache und dann GPT4All. Also, Punkt Cache. Und die für eure normale GPT4All-Anwendung liegen halt in Local. Also, unter Windows zumindest. Naja, muss man jetzt halt dann zweimal haben. Ist halt so. So, ihr schönen Menschen. Da sind wir wieder. Wir haben tatsächlich hier ein Recipe for a Banana Frappuccino bekommen. Und können das Ganze jetzt hier so benutzen. Ein Problem haben wir natürlich. Viertens, Enjoy ist natürlich super. Aber wir können aktuell nur Groovy benutzen. Lustigerweise, also ich war dann doch irgendwann zu faul und habe gesagt, ich kopiere mir diese Pakete aus einfach dem Local Gnomic AI GPT4All. Also quasi dem Download-Ordner kopiere ich mir rüber in das Cache GPT4All. Ich hätte es auch hier umstellen können, aber ich wollte es mal standardmäßig so lassen. Und ja, es fällt relativ schnell auf, meine ich natürlich. Selbst, wenn wir hier das größere Modell benutzen. Ich mache das hier mal raus. Wenn wir das größere Modell, also Snoozy benutzen, was ja bei dem anderen funktioniert, dann haben wir hier das Problem Unable to Instantiate Model. Invalid Model File. Und das kommt bei mir im Test zumindest aktuell noch bei fast allen Modellen. Das heißt, für den Moment, also für, keine Ahnung, wir haben jetzt den 12.6., wo ich das hier aufnehme, für den Moment benutzt Groovy, falls ihr es mit Python benutzen wollt. Der Rest wird wahrscheinlich relativ bald dann funktionieren. Aber wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, GPT, also eine, naja, nicht wirklich eine Alternative zu ChatGPT, aber dafür lokal das gesamte Modell zu benutzen, ohne Internetverbindung, ohne irgendwas. Es läuft auf eurer CPU und ihr könnt es mit Python ansprechen. Und ihr braucht nicht unbedingt diese grafische Oberfläche dafür. Gut, das war es von meiner Seite mit den ganzen Erfahrungen. Das hier war ein bisschen Ausprobiert-Video, weil allzu lange sind diese ganzen Technologien noch nicht draußen. Natürlich habe ich nicht die 1000 Jahre Erfahrung, die man jetzt hiermit haben könnte, auch wenn manche HR-Leute das vielleicht fordern noch. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen oder sonstige Themenwünsche habt, es ist wahnsinnig viel zu KI passiert. Ich werde mich darum kümmern und versuchen, die coolsten Sachen für euch rauszusuchen. Ihr könnt mir immer gerne schreiben, welches für euch gerade am coolsten ist. Ansonsten kriegt ihr von mir vielleicht auch mal neue Eindrücke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.